Ich war hinter der Wand. Da siehst du, ich war schon hinter der Wand. Er hat mich geworfen. Er war gefühlt auch schon hinter der Wand. Ich würde es nicht sagen, ich war doch schon hinter der Wand, so wie ich. So war es ja auch. So ein Idiotenfrosch. Du bist viel zu alt, du bist konfus, verkalkt und senil bist du. Hoffentlich kommen wir jetzt, na klar, jetzt kommen wir wieder bei, aber wissen wir, wer sich mit KI auskennt. Deine Mutter kennt sich mit KI aus, Junge. Ey, wir haben einen abgestützt. Wir haben ihn nicht richtig gesehen. Wir haben schon gehört nicht gesehen. Wechsel das Magazin. Feindliche Tore, Bleibweinseresgebiet. Ich fühle mich, dass er belonging ist. Ich schaue für diesen Kind, um eine wirklich gute erste Halbzeit zu haben. Was ist denn mit Carsten los? Wann? Jetzt bewegen sie sich. Jetzt bewegen sie sich auch. Das hätte böse ausgehen können. Wechsel das Magazin. Der hat aber richtig den Schuss in die Fresse gekriegt. Da hat er zugeguckt, wie es kommt. Ich sehe tote Menschen. Ich bin getroffen. 1-1, fordere Aufklärung an. 5-6. 5-6, fordere deine Mutter an. Ich wollte mich schon loslösen. Wo kam der denn her? Hä? Okay. Die Minimap hat mir angezeigt. Er war da. Dann war er doch nicht da. Dann war er wieder da. Jetzt ist er tot. Werfe eine Granate. Ach, da hängt schon tot um den Gartenzaun. Okay. Feindliche Toner aktiv. Verbündeter Marschflotte eingesetzt. Ich stehe unter direktem Beschuss. Sowas kann dir echt den letzten Nerv kosten. Sowas kann dich zermürben, sag ich dir. Wenn du hier die Waffentarnung oder irgendeine Aufgabe zu machen und du kriegst das einmal. Jetzt. Jetzt. Hä? Wieso denn jetzt? Ich hab doch... Ich bin gestorben und hab einen erschossen. Unterträgen. Alter. Das ist das Spiel, Alter. Das verstehst du nicht. Jetzt kann die Tarnung rein. Wäre ich mal liegen geblieben. Wie ist seine Mutter? Die bleibt auch gerne liegen. Ich stehe unter direktem Beschuss. Wer ist seine Granate? Ich muss doch auch hier mal... Ich muss doch hier auch mal einen Headshot voll... schon absolviert haben. Ich bin gestorben, Schuss. Ich bin gestorben, Schuss. Ich hab' was abgekriegt. Oh! Dem habe ich sogar noch eine reingepfasst. Spiel verarschtig, aber richtig. Wen ist ein Zeuge dabei? Das sind die Penner schon wieder in der Stellung. Aber es sieht eigentlich ganz gut aus. Noch führen wir um ein bisschen plus. Jetzt wäre ich irgendwie unvorsichtig, jetzt wo ich vorne um Fall gespielt habe, ich habe einen Anruf von deiner Mutter, Streubombe Junge, so ein Scheißding, was soll das, damit du kriegst doch nicht mal eine Fliege tot, Alter. Streumine. Junge, neben mir höre ich nur ballern und rauchen und Bomben einschlagen. Achso. Hängt da Hund, statt in seiner Scheißstellung zu sitzen. Werfe eine Granate. Ich lade nach. Er hat noch nicht nachgeladen, Alter. Das dauert auch ehe ich in drei Tage. Es gibt lange Chaos. Mates, die Mates sind schon vorne. Werfe eine Granate. Werfe eine Granate. Oh, Alter. Wie ist das die Möglichkeit, das dumme Schwein. Ich sterbe hier. Ich sterbe hier. So. Lass mal gucken jetzt hier. Komm her. Endlich Nach tausend Jahren Ja Schön Hat erkämpft, Alter Mist, der Hund hat es durchschaut Ah, bitte waren es auch schon wieder drei Scheiße, Scheiße Was auch immer das bedeuten mag Ist das eigentlich eine echte Sprache oder ausgedachter Müll Scheiße Zicky, Junge Zicky, 2B, Junge Alter Was war das? Zicky, 2B schon wieder Das dumme Schwein Wenn ihr an den Einstellungen nichts ändert Erreicht ihr die taktische Haltung Indem ihr während des Jahres auf euren Nahkampftaste drückt Es gibt aber noch andere Möglichkeiten In den Optionen findet ihr unter Gameplay Zwei Reiter, mit denen ihr eure taktische Haltung anpassen könnt Ah, danke Fenrir Cool, danke Mist Easy kill Ja, das war die Rache, Alter Blöder Hund Das war mit ihm nicht in Ordnung Warum rennt sie? Hat sie nicht gesehen, dass ich hier bin? Oder wollte sie mich umrunden und dann messern? Ja, irgendwas Dummes hat sie vor Keine Ahnung Hat sie schon wieder gleich ein Dummheit gemacht Komm Jasmin's Auszug von zu Hause ist gescheitert Es geht zurück zu Mama Alter, da habe ich NoScope eingepresst, Junge Aber vom Feinst, Junge Die hat geschluckst, die Bitch Schade, den Scheiß nah, weil ich gerne weggebracht Ich habe da immer so Ich habe da so einen inneren Schweinehund Ne, wie gesagt, einen inneren Bettkampf Genau, nicht inneren Schweinehund Das ist ja Blödsinn Mach ja gar keinen Sinn Aber so einen inneren Antrieb Dass ich hier ein Sniper-Battle veranstalten will Nein, wie konnte ich Was? Ziel ausgeschaltet Lade nach Oh, da haben wir unsere sieben Operator-Kills schon Ich lag auf... Ach da, von da hat er... Der hat mich gekillt, Alter Ich wollte gerade sagen, wolltest du mich verarschen oder was? Er ist komplett im Klauten ans Spiel verloren Verschoß, Granate Verschoß Die blöde Gumm mit ihrem Faschingskostüm, aber was soll das werden? Feindliche Drohne aktiv Anflug Ich hasse diesen Slimer da drüben, Alter Ich will ihn tot schießen So, jetzt habe ich dich Ich lade nach Ich habe was abgekriegt Frecci Pré Verbündete Drohne im Einsatz Wer wäre erledigt? 1-1, vordere Aufklärung an Wo bin ich denn jetzt? Achso, da muss man von der Seite kommen Niemals Über den ganzen Platz Und Achtung Tor! Tor! Was bleibt hier? Das finde ich immer geil So die Sounds Hier, Wikinger Musik Die hatte ich immer In den letzten paar Streams Dachte ich mir Wenn er reinkommt Wenn er reinkommt Dann freut er sich Und heute habe ich wieder Keine wägige Musik Dann kommst du reingeschneit Wie geht es dir, mein Bester? Wann mal, wie hieß denn der? Der hieß Moody Alter, das ist ein Kumpel Ich bin Hank Moody Das ist nur Moody Ich bin getroffen Ich wechsle Magazin Thank you, Hank Moody Wann nochmal Der letzte Spielraum Wann doch hier Okay